Moin Leute, Timex hier, wir zocken Valorant, wir sind alle Eisen 3 und versuchen Bronze zu kommen. Mit Bigspin und Sebo gehen wir in die 3er Queue, ich bin Ujin, das ist mein zweiter Account, und wir haben zwei Randoms dabei. Wir versuchen uns hier rauszukämpfen. Wir wissen nicht, was unsere Fähigkeiten können, ich hab auch noch nie eine Bombe geplantet und so und stuff, aber wir versuchen jetzt konstant besser zu werden. Wir haben zwei Immortal-Spieler, Romatra und Chef Strubel, die spielen nicht mit, aber die coachen und bringen uns so ein paar Basics bei. Chamber ist mein Main, ja, und mal gucken, ob wir es schaffen, wenn euch das Ganze gefällt. Wir werden auch mal wieder 5 gegen 5 Streamer-Dinger machen und so und stuff. Könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Ich will den richtigen Tilt aufsaugen aus der Solo-Queue, ich spiele auch manchmal komplett alleine. Es gibt den neuen Geschmack, Iced Out, klar, Marc G. Bauer ist jetzt auch bei Level Up. Gibt es Iced Out, neuer Geschmack ist Geschmack Eisbonbon und Himbeere. Finde ich sogar ganz geil, ich bin nicht so ein großer Eisbonbon-Fan, aber mit der Himbeere zusammen sehr, 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 sehr nice geworden. 2 für 1 Aktion mit Code Trimex 2, für eine 2 für 1 Aktion. Und jeder, der sich den neuen Geschmack bestellt, nimmt automatisch bei einer Verlosung teil von einer Rolex, die 20.000 Euro wert ist. Also, 2 für 1 Rabatt-Aktion mit einem neuen Geschmack. Code Trimex 2 hält, glaube ich, wieder eine knappe Woche, schlagt schnell zu. Es werden wahrscheinlich Bestseller schnell wieder ausverkauft sein. Sehr gut. Alter, Sebo und Big Spin. Ja, jetzt geht es los. Holy Shit. Jetzt wird geschwitzt ums Leben, oder was? Wir schwitzen jetzt wirklich ums Leben und nehmen Tod, ne? Jetzt wird um den Tod geschwitzt. Okay, gut. Also, ich mache immer einen Light Shield und vier Schüsse mit meinem Revolver, ne? Ja, das macht am meisten Spaß. Wir müssen jetzt schon, jetzt gewinnen wir. Oh, nee. Das ist eher. Oh, streamst aber direkt im ersten Game. Bisschen low. Der kann komplett rein. Was zum Fick? Der ist schwer. Sehr gut. Alter! Scheiße. Das ist nur so ein Dreckschauer. Die gehen doch auch, oder? Die werden gleich rechts von dir kommen. Was? Oh, schade. Was? Das wäre es gewesen. Was ist denn das für ein Spray-Pattern? Der steht doch in mir drin. Hä? Romatra Coach. Ja, der hat seinen Pfeil geschossen. Und deswegen kann ich nicht mehr treffen? Du hast doch alles getroffen. Du hast dem 100 damage gegeben. Hä? Guck mal, drück mal Tab. Du hast dem 100 damage gegeben. Ja, genau. Der hat aber 125 Leben. Hä? Der hat einen Jaro angeschossen. Der hat jetzt mich geflasht. Oh Gott, was? Hast du ihn angeschossen? Ja, bei Main. Ach, nee. Ist halt sogar... Ist halt sogar... Ist halt sogar ein Pommes. Jaro, ja, ja. Der Jaro. Was denn? Der heißt nicht Jaro. Wie heißt der denn? Joro. Ja, Digga, ist doch noch beschissener. Ja, aber Jaro heißt doch wie was anderes. Oh, jetzt glaube ich nicht so... Worn. Sauber. Yes. Top-Frager. Wie immer. Der chillt da schon die ganze Zeit. Oh, der hat 160? Geht nicht. Der hat camped einfach hier hinter. Das kann nicht sein Ernst sein. Muss ich da jetzt echt hinrennen? Oder? Renn zu A und plant it da. Renn zu A und plant it da schnell. Messer in die Hand und renn zu A. Falsch. Oh, naja. Okay, dann noch nicht. Das ist ja wirklich so bad. Aber ich bin auch hier gerade Noob gegen Alien. Wahnsinn. Was bringt der Ult auf, wenn ich nicht lebe? Äh, wenn ich Ult hab schon? Nichts. Oh, Agent Fishpad macht da die ganzen Kills. Ich plant the open field. Und jetzt gehst du da links rein. Da vorne jetzt? Ja, genau. Da gehst du rein. Und du slapst die ganze Zeit und rennst. Echt? Halt doch mal die Schnauze. Mit Aim hier, ne? Ja. Warte wieder, bis du den Sound hörst. Sauber. Gut. Mit der Waffe musst du auch auf Headshots gehen, weil die macht 160. Die One-Tap dich mit Headshots. Aber die Sniper one-shotet immer, egal wohin, ne? Egal wohin, ja. Die große Sniper. Die ist sogar besser als die richtige Sniper, weil die one-shot auch in Fuß. Mit der kannst du auch in Fuß schießen und der Gegner stirbt. Oh, du hast nur fünf Schuss und du hast gerade einen deiner fünf Schüsse dafür verwendet, den Pfeiler zu schießen. War das? Ich kann gar nicht sagen, was ich gerade empfinde. Was für ein Pain. Noob. Ein Gegner noch läuft. Sauber, Jungs. Sauber, Jungs. Höher Aim. Max, Höher Aim. Max, Höher Aim. Ach, Digga, ich hör dich nicht. Max, Höher Aim. Max, Höher Aim. Ich dachte, was sei denn, es labert ja. Was ist das für ein Fachbegriff, ÖRM? Du hast Höher Aiming gesagt. Ja, Digga, ich esse gerade noch nicht mehr. Höher Aiming, Junge. So, genau. Ey, darf ich jetzt auch mal jemanden holen, oder? Negativ. Nein, der drin. Max, zurück. Boom. Boah, fast schon flanken. Was heißt Lauf? Hä? Analyse, Analyse! So schnell geschossen. Echt? Ja. Ach, Digga. Den killen sie aber. Alles gut. Danke, Max. Wo ist denn der? Von. Von. Sauber, Sehung. Da kennt man ihn. Sebo, 6,6. Liegen 9,2 vorne. Oh, hier. Gut angeschossen, Scheiße. Vollidiot. What the fuck? Die haben geplantet, das wüsst ihr, ne? Ja, ja, wir sind auf dem Weg. Man kann hier leider nicht sprinten. So, Max. Brauchst die Waffe. Max, da geht noch mehr. Geh rein. Geh rein. Ey. Ey, Max. Die führst die Bombe, die führst die Bombe. Wache ich nicht. Ich secure meine Piste. Warum ist der so gut? Fortnite, Digga. Das ist ne Koch-Tage. Vorfes Fortnite. Ich weiß, dass du grad geacet hast, ne? Klar hab ich geacet. Versuch's mir aber nicht anmerken zu lassen. Das die anderen. Die Pistole get secured. Das war huge, man. 26 Kills. Sauber, Alter. Wieso hab ich einfach aim? Wie geil. Das macht voll Spaß, wenn man aim hat. Einen noch geholt. Die gehen alle über links A. Nein. Oh, jetzt möchtest du auch S. Die waren alle geplantet. Hätte ich mal ein Gehirn angemacht, ey. War ja links, man. Oh, nice. Der Typ war nicht Ledger, dieser Faschhoch. Hab's das nicht. Du bist so gut auf einmal, das kippt er gar nicht. 29,4. Ja, wahrscheinlich. Das ist geil. Das ist geil. Mach Handcam. Guck mal, der Chat kann's nicht glauben. Ja, bei mir auch nicht. Wer spielt für Max? Mach Handcam. Seid ihr dumm? Was für ein Scheiß. Max ist direkt Silber nach der Dings. Guck mal, wie viele Punkte du dafür bekommst. Ja, ja. Ist echt so. Wie viele Punkte kriege ich? 31, 30, Digga. Ist das viel? Ja, ja. Du bist gleich Bronze. Noch einen Win und du bist Bronze. Das ist geschafft. Ich hab 20. Ruhe geblendet. Alter, stellst du ruhig. Wir sind beide in einem Team. Wie findest du das? Das ist gut. Kampfposition immer buckliger. Sonst wird dann nix. Da ist ein Streamsniper. Guck. Guck den Stream. Report. Ist das... Woher soll der wissen, dass U-Geen... Woher soll der wissen, dass U-Geen Trimax ist? Der Hurenso. Wie können wir den reporten? Ist so. Deswegen haben wir damals mit Vader und Aufgehör, weil wir nur noch Streamsniper hatten. Ey, ist das so krass, wie sehr ihr im Game seid? Warum? Ja, ihr seid schon wieder der nächste Runde. Egal. Wie nur einen. In den Stream offen. Die wissen immer, wo wir sind. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was haben die geschrieben im Chat? Ja, hallo. Trimax und Big Spin. Woher will der wissen, dass ich Trimax bin? Ist ja bei der Mate. Alles gut. Naja, weil Big Spin immer noch nicht Privacy Settings erinnert hat, oder? Weil viele Leute Streamsniper nicht aktiv, aber wenn die dann lesen Big Spin und Sebo, dann denken die sich halt ihren Teil so. Ist aufgedeckt. Wir sehen dich gerade die ganze Zeit. Oh, der zweite war fast noch in seinem Kopf. Teammate weiß das? Teammate weiß es. Teammate ist ein Streamsniper. Trotzdem, genau das Gleiche. Er hat versucht, bei uns reinzukommen und ist sofort drin. No. Was? Schafft er aber. Ja, sicher. Noch Diffusen? Diffusen? Ist doch stimmt. Oh, schaffen wir das noch? Ja. Oh, das ist doch gar nichts. Alles gut, Freunde. Und das ist, obwohl Big Spin ist auch erst zwölf. Wie? Zwölf? Und drei zwanzig? Schömer. Boah, bist du auch schon alt, Alter. Ja, Schnauzenbrenner. Nee, ich find's schon sehr alt für Big Spin, oder? Big Spin war immer der... Ah, was? Oh! Kentucky Malaka hat mich einfach geholt. What the fuck? Nee, und wie schnell ist die? Sauber, Sebo. Sebo und Big Spin ist Verlass. Big. Oh, nein. Oh, mein Gott, Sebo. Fünf Subkiss in die Runde gewinnt. Zeit ist auch knapp. Zeit ist knapp. Oh, was? Oh, ich hab den im letzten Moment gesehen. Scheiß blaue Kappe. Was? Digga! Oh, mein Gott, die sind alle hier, die sind alle. Och, Digga, Mann. War eigentlich schon richtig gemacht. Du platzierst halt das nächste Mal deinen Teleporter nicht genau da, wo der andere Teleporter steht. Man macht doch nicht einfach so zwei Flashes einfach so rein, wo noch nie einer vorher war. Du musst da mal schauen. Du weißt nicht, ob der da nicht schon mal geflasht hat, als der da nicht stand ist. Das siehst du ja nicht. Vielleicht hat er da jedes Mal reingeflasht. Hier könnte einer sein, Sebo. Achtung, jede Ecke. Sebo, mit Rechtsklick kannst du die, ähm, kannst du die Flashes auch nur leicht werfen, gell? Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Weg mal in die Füße. Schaffst du, schaffst du. Ja, der wird nicht pieken. Hast du noch einen In-Defusion? Du hast noch deinen Molotov. Werf den da links rein, dann muss der da weg. Oder du tötest ihn einfach mehr. Reicht das? Nee, ne? Ah, fuck, ey. Oh, fuck, ich da was ab. 0,8 Sekunden. Dann spiel ich lieber Phantom, ich mach mal ein paar Buddy-Shots. Nein, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Phantom braucht noch mehr Buddy-Shots. Richtig. In-Lams. Ja, was ich sagen wollte, die meisten Sniper... Oh, Sebo! Scheiß, eh. Der war huge. Ach, Digga, so eine Aids-Fähigkeit. Mach, 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 Zeitspiel, mach, Zeitspiel. Der kommt bei Lams in der Ecke da, ja. Yes! Leck mich, Sebo, leck mich. Lecke mich, bist du krank? Sebo, Alter. Du hast ein Jahr lang, hast du mich einfach gedonowert. Ich habe gesagt, ich will mit dir spielen. Ein Jahr lang. Geil. Hast du Geld? Ich habe kein Geld. Achso, doch, ich habe Geld. Was willst du... Ja, natürlich, ich kaufe dir, was du willst, mein Schatz. Aber mir, nicht der, nicht der, nicht der sauber. Geil. Einfach stark. Hier in der Ecke ist keiner. Oh, die Stadt, die dringend um die Ecke. What the fuck? Danke. Ich habe hier überall Dinger platziert. Oh, noch von der Lams. Ist Lams heaven? Nein. Ich weiß auch nicht, was Lams ist. Lams ist da, wo es so ins Dreieck rumgeht. Da, wo die Viper gerade reinlacht. Ich habe die getroffen. Ah, der ist in Lams. Oder wie das heißt. Keine Ahnung. Yes. Da ist ein Comeback. Das war der Streamsniper. Vollidiot. Gleich der Name hier im Stream, wie im Spiel. Oh, noch gute Hit. Da, 80 Damage noch. Geil. Stell dir vor, wie befriedigend das wäre, wenn du jetzt einfach immer auf Kopf rüberzielen würdest. Ja, das muss ich übel. Kann man das lernen? Dann wären die einfach immer tot. Holst du dir sie, holst du dir. Das musst du halt im Game zerstören. Oh, what? Der war noch ein höher. Da wusste ich nicht, dass man da hoch kann. Der ist schon. Ja, der Yasser, der troll, der halte mich nicht. Hört zielen, hört zielen. Kann er sind 30. Ja, guck, den Kopf, instant in den Kopf. Hast du gesehen? Als ob das nicht saubefriedigend ist. Ein einziger Schuss tot. Das macht doch viel mehr Spaß. Die konnten sich nicht mal wehren. Sobald du in die Reichweite kommst von den Gegnern, fängst du an zu schleichen, damit die können dich nicht hören. Nice. Die möchte Spike-Träger geht, äh, Spike-Träger geht B. Und genau so weit hört man euch, wenn ihr lauft. Spike-Träger B, alle B. Das heißt, wenn ihr wisst, okay, in diesem Radius ist keiner, dann könnt ihr immer rennen. Und wenn ihr denkt, okay, da könnte jetzt einer kommen, dann fangt ihr an zu schleichen. Alter, Sebu ist so fett. Ich hab's einfach noch gewonnen und du wolltest es aufgeben, Max. Dachte ich. Oh, oh, Bix-Planche storm. Schön von der Ulti weggelasert worden. Ja, unbedingt. Ey, der ist am defusen. Sauber. Nice. Holy fucking shit. Let's go. Alter. Digga, jetzt sind wir ungeschlagen in der Dreier-Kombo. Jetzt richtig. Ihr seid ungeschlagen in der Dreier-Kombo. Alter, wie krass. Ich hab richtig, richtig, richtig reingeschissen. Und jetzt haben Sebu und Bix-Plan einfach gemacht. Glückwunsch, abbringen. Bronze. Zack, Bronze. Bronze. Ihr habt's geschafft. Bronze. Ihr seid einfach in Bronze gekommen. Krank. Ich hab's noch auf 15, 17 hochgeklettert. Schön geklettert. Romatra, du hast fantastisch gecoacht. Danke. 2 Stunden, das macht einen Prime Sub. Sehr gut, das nehmen wir. Okay, gut. Das schon lohnt.